In diesem Video zeigen wir euch ein paar Eindrücke des Strands von Sravensande und zwar der Slag Flutenburg. Der Strand liegt am Ort Sravensande und das wiederum liegt zwischen Den Haag und dem Höck von Holland. Direkt am Strand angrenzend gibt es den Rumport Dünnpark der Herren von Sravensande. Dazu habe ich euch ein extra Video gemacht, was ich hier oben rechts einmal in der Infokarte verlinke. Diese Aufnahmen sind Mitte Oktober in den Herbstferien entstanden und ihr seht schon hier ist ordentlich Wind und ordentlich Wellen. Es freut natürlich die Keiter, aber für einen Strandspaziergang war es doch etwas ungemütlich. Für gemütlichere Tage oder wenn es Sommer ist, gibt es hier auf jeden Fall genug Möglichkeiten sich auszubreiten und natürlich auch für das kulinarische Wohl ist hier gesorgt. Links am Strand runter seid ihr gerade noch die ganzen Kräne vom Höck von Holland. Das ist da, wo die Mars in die Nordsee mündet und ich lasse euch nun allein mit diesen paar Eindrücken noch von den Kaitern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.